Ja und damit, hey Leute, ich bin der Brugger. Ihr seht hier Marvel's Guardians of the Galaxy. Da der zweite Film jetzt bald in die Kinos kommt, habe ich mir gedacht, ich spiele das mal. Ich habe jetzt hier einige ausgelassen von der Telltale-Serie. Also Borderlands, Minecraft, hat mich halt nicht interessiert. Aber das hier finde ich wieder ganz witzig, weil den Film habe ich sehr gerne geschaut, den ersten. Das ist natürlich im Marvel-Universum angesiedelt, aber hat einen ziemlich geilen Soundtrack und ist auch sehr lustig, muss ich sagen. So ein bisschen familienmäßig, so ein Familienfilm. Ah, da geht es schon los mit der geilen Musik. Richtig gut, Leute. Ja, die Charaktere kann ich jetzt leider nicht mehr so ganz benennen. Er ist halt Star-Lord, ein Waschbär, die grüne Hure, der Typ hier, der eigentlich ein richtiger Arsch ist, aber voll der Nette und Groot natürlich. Groot kennt man ja. Ich weiß gar nicht, wann es spielt, aber wenn man den ersten Film gesehen hat, den ich jetzt übrigens nicht spoilern werde. Schaut ihn euch an, der ist fantastisch. Ja, mit Groot ist ja was... Ja, nur gut. Wir fangen an mit der ersten Episode. Neu starten auf die Musik. Wunderbar. Leute, viel Spaß. Ihr könnt mir gerne in die Comments schreiben, wie ihr das findet. Habt ihr den ersten Film gesehen oder nicht? Wird mich interessieren, ob ihr auch in den zweiten geht. Also ich habe Bock drauf. Es soll ja jetzt bald zusammengelegt werden mit der anderen Marvel-Helden-Gemeinde, was vielleicht manchen nicht so ganz passt, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool und interessant. Schauen wir mal. Vielen Dank. ... I want a clean slate for my whole crew. Rocket, Gamora, Groot, and Drax. Nova Prime won't be happy about this, but if that's what it'll take, we can do it. Okay, here's the situation. We tracked Thanos to this Kree planet, but when our fighters engaged, he decimated our fleet. Without your help, he'll kill us all. We're no match for him. Half our ships are already gone. We've set up a defensive position around the planet, but we can't hold out for long. You got it, Space Cops. Be right there. The Guardians are on it. Thank you, Star-Lord. Please hurry. Hahaha. Okay, thank you. See you later. Thanks. I'll see you later. Bye. 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 Der Fall ist sicherlich, dass wir uns nicht mehr so machen. ...Wantäne zu stoppen, um mich zu helfen, bevor wir uns nicht mehr verletzen? Quick! Tool! Now! Uh oh. Danke, Hume. Und fix! Auf dem nächsten Verkaufel. Und das ist... ...Wher zu beginnen? Bruster's fried, Compiler's spittin' on carbon! I am Groot! Oh, and now Groot's on fire! Groot's on fire! Peter! Groot darf nicht brennen! Da ist ne Pflanze! Oh, Groot says thanks! Wait, if you're all here... Thanos is here! Today, I finally slay our nemesis! My dead wife and daughter shall have their vengeance! I have longed for this day of death! Dreamed of it! Hey, I'm all aboard the vengeance train, okay? But let's worry about not getting killed before we kill him! We are on a spaceship, not a train! Move, Drax! Oh, monster! We are on a spaceship! And now we're on a spaceship! I'm all aboard the vengeance train train! We are on a spaceship! We are on a spaceship! Alright, guys! Let me show you how it's dope! Halt! Oh kacke, das kann ja nur gut werden. Okay, gut. Where is the other green one? Wishing we had better seatbelts. Still breathing. No. Ow. Ow! Oh no, get me down, get me down! My sweet, precious little baby! There's an infant on our ship. Well, that can't be good. Where is it? Where is it? Hey, get down here! I mean up here! Jacks sind doch alles wörtlich, oder? Stupid, stupid little arms. You need a hand there, little buddy? Your powers of observation are phenomenal. We're all gonna be red-pasted a second if you don't help me! Careful with that! Okay, okay, okay. My baby, give it! Come on! Woah! Another nanosecond, and we all would have been atomized! Still looks like it'll blow up to me. It sure ain't no toy. We get pushed around by a lot of dangerous jerks. Ich habe diesen Schmerz-Büren gebaut, um zurückzuhren. Nicht sie eine Bute? Sie ist noch ein bisschen unstable. Ich mag die Art, wie dein Gehirn funktioniert. Ich auch. So, das ist wie ich sterbe. Der Mad Titan kommt. Er geht nach diesen Ruins. Es sieht aus, dass der Novacorp verloren hat. Es ist es für uns, dass ihn runterziehen. Nur die fünf von uns. Und die Schmerz. Wie er denn das überhaupt tragen kann, Rocket? Thanos. Durch da. Ich rieche seine schmerzen Stinche. Diese Tür wird nicht so schnell fliegen. Ja, es wird. Sie sehen aber leider nicht ihren Vorbildern so ähnlich. Ja, es wird nicht so schnell funktioniert. Und es hat nur einen Schmerz. Aber es ist eine Art, was. Ja. Ich meine, du kannst du genug Energie zu haben, um eine große Bühne oder ein kleinere Planeten zu haben, ohne irgendwelche Angelegenheiten. Ja? Ich bin richtig? Okay. Wir finden einen anderen Weg. Danke für das Verständnis, Pete. Ich werde sicher, dass du nicht in der Blast-Radien wenn dieser Schmerz endlich geht. Danke! Na Groot? Ich mag Groot. Groot ist super. Na Drax? Ich glaube nicht, dass der das Ding aufricht. Bewegt ihr sich überhaupt die Tür? Ah, da oben vielleicht. Ich denke, ich sehe einen Weg über. Schau leicht, Star-Lord. Thanos muss nicht unsere Präsent. Ich werde überhaupt nicht schlafen. Ja, wir werden wohl fliegen. So. Okay. Ah, alles klar. Cool. So funktioniert das. Oh, hey! Easy there, Shifty. Ich will auch solche Düsen haben. Das ist voll praktisch. Äh... Nicht so laut, bitte. Oh, kacke. Yeah. Oh nein. Oh nein. Peter? Peter? Are you injured? Say something. Ähm... Mein Ohrgrad ist gebrochen. Haha. Nein, nein. Das war total Teil des Planes. Definitiv nicht fast sterben. Alles klar, du musst dir sagen. Oh nein. Oh nein. Was ist passiert? Hast du den Nova Corps gefunden? Ja, ähm... Na gut. Schauen wir mal. Ich bin offiziell creeped out. Ein bisschen, ja. Aber abzusehen, oder? Yo, Drax. Ich kann dich hören. In meinem Ohr. Haha. Wer glaubst du, das Ort gebaut hat? Cree. Ich kann sagen, von der hideousen Architektur. Ich habe nie mehr blödsinnige und nefariousen Kreaturen gefunden. Ich erinnere mich sehr, als sie annihiliert wurden. Gamora, hast du einen Moment? Was? Hast du keine sinnvolle Infos über Thanos? Lass mich nicht. Als ein Monster gegründet wurde, hast du zuerst von der Dunkelheit, die in ihnen lehrt. Thanos existiert solely, um die Todesnachung zu empfehlen, um die Galaxie zu verabschieden. Wir wären wunderschön, um eine Kampf zu vorbereiten, um die anderen zu verabschieden. Sieht aus wie ein Fungus. Vielleicht? Ich wundere mich, wer du warst. Naja, außer das nicht sehr viel Blut zu sehen ist. Ich bin nicht sicher, wie es vorher sah, aber dieses Ort wurde verabschiedet. Sie sind alle... Ja. Ja, alle Matsch. Das hier. Der Schlagkrater. Das wohl jemand ganz schön eingeschlagen auf das Teil. Mit dem Gesicht. Thanos... Thanos hat das gemacht. Uh. Tja. Ich weiß gar nicht, ob man Thanos schon kennt. Gibt man den nicht aus dem Film? Es ist schon so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Zuhören? Wann? 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 Zuhören? Zuhören? Wann? Sieht nicht so elegant aus, aber... Hört sehr zu klappen. Ja. So, dass wir, glaube ich, doch noch ein bisschen eleganter waren. Uh. Hey, now. That could do some damage. You there? What's up? What's going on over there, man? I found a crash Nova Corps ship. I'd smack through the wall. Uh. Ouch. Yeah. I think it's guns can blast the door open, but I can't get into the cockpit. Check the side. Should be an access override panel. They, uh, might have stripped one of these ships for parts before. Rocket kennt sich aus. I can't get it open. Yeah, you're gonna need an override ship to access it. High ranking officers usually carry me. Maybe I can figure out who was in charge. Well, I've got the time scanner. The side scanner. Is ja interessant. Ich will mal hier oben schauen. Hm. Bingo! I taught you. I got it. We got it. Yeah. Very good. Sag ich mal. Der Erste, den ich untersucht habe. It's... It's kind of hard to tell them apart. Ja, EZ, sag ich mal, ne? EZ. Sehr interessant. Ich kann noch ein bisschen schneller laufen, das ist ganz gut. Los, los. Gut, dass wir ein bisschen auf Abstand waren. Ja, das war sehr interessant. Das ist ein Kree, ein Kree. Sie sind ein technologischer Spezies. Sie ist stark von Körper, künstler von Militär. Was ist Thanos noch hier? Was ist er mit dem Ort? Ich weiß, dass wir wissen. Ich weiß ein bisschen, ich muss es arbeiten, oder wir alle sterben. Ich habe fast mit dem Tinkeren. Ja, ich versuche. Ein bisschen mehr Kalibrieren, und das Baby wird singen. Und mit singen, ich meine, ein Schuss in jemanden. Wir sind auf dich, Rocket. Keineinigst du das Herz kreativiert, so? Hey, ich glaube, das kann uns runternehmen. Die Kontrollen nicht zu schmerzen. Ja, kein Problem, Gams. Ich kann sie nicht schmerzen. Das war schon so, übrigens. Oh, okay. Ja. Tja. Sehr gut, also das soll dir ausreichen, oder? Scheinbar schon. Wow. Ja. Oh, Leute, das passt perfekt zum Film irgendwie. Das ist... Ihr müsst euch den Film ansehen. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Das ist so lustig. Also, ich habe mich sehr, sehr gut amüsiert während des Films. Ich muss den auch mal sehen. Bevor wir in den zweiten Teil gehen, vielleicht, ins Kino. Das ist echt was zum Lachen und Spaß haben. Das ist... Was? 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 Was ist damit tut. Oh, das ist schön. Der Walkürenritt von Wagner. Das ist aber nicht nett, Thanos. Nein, deine Zähne. Alter. Hey, du! Jackass! Kindliche Insulte. Ich erwarte so viel von dir. Jetzt habe ich das, werde ich durch die Galaxie rollen, wie eine große Waffe, die Böse von jedem Inhabitant und die Zivilisationen von jedem Planeten. Oh, ich denke, das ist eine ähnliche Waffe. Oder etwas. Die Eternity Forge. Daughter, du hast dich mit so schrecklichen Waffen. Ich war nie deine Frau. Dann wirst du ein Anwalt zu sterben. Oh, shut your damn mouth. We're done chitchatin'. One by one, you will beg for death. Nein, ich weiß gar nicht. Mach die Waffe fit! Gib mir noch ein paar Sekunden. Wir haben noch nicht mehr. Ah! Mein Geil. Okay. Oh, schnapp ihn dir. Ow. This is for my wife and daughter! Oh, missed. You always were the ungrateful one. You're right. Thanks for training me to kill. I'll put it to good use. Oh, nein. Wow. Oh, nein. Wow. So hat das glaube ich nicht sehr viel Effekt. Sehr gut, Drax. Ihr Schweine. Oder eher das Schwein. Sehr gut. Weiß keine Steine auf Drax, ja? Ja. Das macht Freud. Sehr gut. Mach den fertig. Jawoll. Bring ihn zu Fall. Oh, nein. Das war... Aber richtig. Leute! Es ist fertig. Es ist bereit. Dann benutze ihn. Danke. Keine Weißer kann mich töten. Keine Weißer kann mich töten. god. Loser vermen! Keine Weißerkle, tengo Queahle. Get clear shot. Cmcavor, lesen Sieر. Trenen Sieację! Oh, c'mon! Veamos los cielos! Jetzt hast du Wüten gemacht, das ist schlecht. Und für dich ist es schlecht, Thanos. Ich bin Groot. Thanos ist Matsch. Oh nein. Was ist das mechanische Nassens? Warum sind es drei Trigger? Peter! Warum ich? Warum Peter? Thanos, du Dreckschwein. Oh nein, bitte nicht. Ich endere das! Komm schon! Du bist eine Waste von Leben! Habt ihr es bald jetzt? Oh kacke, bitte nicht Gomorra. Knappst du! Was mit Rocket? Lach nicht so dreckig mit deiner schurfen Lache. Er hat eine coole Stimme. Halt die Fresse! Ich hoffe, das hat gereicht. Oh, komm schon. Hoffentlich hatte Rocket recht und das war wirklich das, was wir brauchen. Oh! Wie ist das? Sieht ja fies aus. Er ist noch nicht ganz erledigt. Glaubt das nicht. Immer weiter drauf. Komm. Ihr wisst schon, dass der Schurke erst tot ist, wenn er sich komplett atomisiert ist. in seine kleinsten Einzelteile. Ich meine Hackfleisch, Bröckchen, sowas. Aber das sieht noch sehr gesund aus. Was? No way. Schenk. Nehmen wir über den Stock. Nehmen wir über den Stock. Das ist das, was du bekommst, Punk! Thanos ist tot! Da wirst du glaubst. Das ist ein Friggen-Time! Tired of looking at that wrinkly chin of his. Hm. Oh-oh. Der zuckt echt nicht mehr. Guess this relic is useless. Huh. Ha-ha-ha! But this gun wasn't! Who did? You did! Who did? You did! Yes! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Stop it! Both of you! Ha-ha-ha! Enough! Nichts! Wir sind glücklich. Der größte Terror, der die Galaxie kennt, ist nichts mehr. Ich bin Groot! Ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Ja! Was machen wir jetzt? Ja! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Rock in the Sun has partied here. Yes, you are wise. I can find solace in that statement. I was not there to save my family before. But now that I have exterminated Thanos, my redemption is complete. I am Groot. Groot's totally right. He said Peter killed Thanos, not you big guy. I can't do it. I can't do it. Yes, 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 this is the gun that blew a hole in Thanos, but no, you can't do shots on him. Okay, maybe just one. Hey, rocket. So, as I was saying, I built this brilliant, beautiful piece of machinery with my own two hands. I can tell. I can tell. You're impressed by my technological virility. Ain't nobody in the universe can do what I do. Especially not any of you chumps. You know, I couldn't have said it better myself. My good pal Rocket here? His gun wrecked Thanos. The applause feels good. You know? Maybe I should quit while I'm ahead. Go out on a high note. We've been at this hero business nonstop for a while now. I should just retire and live up all the fame and free booze. Yeah! As they say, absence makes the heart grow bigger. Nah, nah, that sounds like a medical condition. You can't leave us, man. We gotta keep the band together. Oh, you guys will be fine. Plus, there won't be any more of my fur clogging the drain. Everybody wins. I mean, look at all we accomplished. Thanos is dead. The galaxy is guarded. Our job is done. Maybe it's time we go our separate ways. Nah, ich glaub nicht dran, dass Thanos vernichtet ist. Hey, Driftbaker! Also, du bist Rocket der Einzige, der Brut versteht. You're drinking out of a galactic superweapon, I see. Bald. Nice to see you're enjoying yourself. You kicked incredible amounts of ass today. Thanos is all kinds of dead. Yeah. Yeah. I know. It's been a complicated day. How about a refill? Why not? On my way. You disrespectful human. How dare you? Oh, man. You know what? I'm sorry about that. Man kann ja auch mal höflich sein als Held. Guess not everyone's a fan. At least I managed not to drop this. My hero. I try. Thanos murdered your people. I thought you'd be happier once he was gone. He was a monster, yes. But he was also my family. I can't make sense of it. Oh, come on. Forget Thanos. He's dead. You're not. You deserve to have some fun. Don't make light of this, Peter. He will always be a part of who I am. I keep thinking about Nebula. Your sister? I called her that. We both called Thanos father. He used to force us to fight. To prove who was worthy of being called his daughter. I won. We couldn't stop until there was blood on the ground. That is messed up. Yeah, it is. But Nebula believed it was normal. To fight and kill for what you want. Neb stabbed me while I was sleeping. Because I won. Imagine how she's gonna react when she finds out we killed Thanos. She loved him, I think. In her own way. No matter how you feel, just remember this. You did the right thing. That'll get you through. You... You're making more sense than normal, Peter. Or, perhaps the drinks are kicking in. There's a small part of me that wants to see my sister again. But when she finds out what we did, she's gonna lose her mind. She'll hunt us all down. And kill us. You don't know Nebula. Imagine me, but angrier. Like you said, she's your sister. Trust me. Family's worth fighting for. Maybe you're right. I'll try to call her. After a few more of these. Two family. Huh? Two family. Hey, you chums doing a toast without us? I thought we were a team. To what are we toasting? I built a god who killed the baddie. The toast is mine. It says so in the rule book. I have not heard of this rule book. I am Groot. Like I was saying. To family. The weirdest looking one in the galaxy. No, we should toast to the dead. May they be avenged. I am Groot. To friendship? How boring. Very well to dead friends there. Ah, let's just drink already. Well, we haven't killed each other yet. Nice work, Peter. Ach, wie schön. Das ist aber eine sehr seltsame Patchwork-Familie. Ich frag mich, was das Ding ist. Oh, wow. Das war mal eine Party. Hey. There you are. I've been looking all over for you. Ah, why? We got a big, big problem. Okay. Ich schlafe noch ein bisschen, ja. Das ist doch Nebula, oder? Goodbye, Yellow Brick Road. It was not my fault. I barely consumed my body weight in that toxicly. Hey, I was surrounded by a dormant fan. I couldn't let them go thirsty. Oh, I don't care who ordered all the drinks. We need to figure out how to pay our tab. Pete's gonna love my solution. You know I always got genius ideas, right? You need a plan, you go to rock it. That's the deal. I'm just making good on it. Yeah, whatever it is, I'm sure it's brilliant. Why, thank you. It certainly is. We're gonna sell Thanos' body. I am Groot. That is not a bad idea. Selling a corpse. How could that be profitable? There are people who would find it valuable. Exactly. And I know just the guy. The Collector. He loves buying exotic crap for his museum. So Thanos, the newly dead Titan, will be perfect. He'll pay you tons of units for that body. These are the kind of people you want to be rubbing elbows with, Pete. Everything they got's a superlative. The biggest this, the best that, the fastest other thing. Uh, okay, well that is, that is very weird. You got this purple freak laying dead in front of you, a tree puking his guts out in your toilet, and this is the weird thing? Look around you. Weird is the new normal. Or, we could turn Thanos over to the Nova Corps. They've had an official bounty on his head for years. Plus, it comes with the added benefit of not having to deal with criminals, like the Collector. He's a corrupt thug, bottom line. But the Nova Corps, they maintain peace and order in the galaxy. They have thousands of ships and soldiers. Yeah, turning Thanos over to the Nova Corps sounds right. Thank you, Peter. You guys, you're killing me with this. We'd make way more money with the Collector. You're being a greedy little rodent right now. Oh, as if you're so high and mighty, green lady. You suddenly forgot all the innocent people you murdered for that psycho? I remember each and every one. Not that you'd understand. You do whatever the hell you want, whenever you want. That is an accurate and completely acceptable judgment. Hey, Rocket, cut it out. Way too far. You kidding me with this, Pete? This is why I need a friggin' break. It's Peters' call rocket, not yours. Enjoy staring at my furry backside, Chumps. Nee, nee, ich find auch. Wir sollten den den Behörden übergeben. Auch wenn's mehr Kohle gibt. Aber es geht ja nicht um die Kohle. Wir sind ja Helden. Ich weiß, ich weiß. Das ist jetzt nicht so ganz die Rolle, die wahrscheinlich Star-Lord inne hat. Aber, na ja. Ist der da ein Oreo-Keks? Die sehen zumindest so aus. Und denkt er, da waren ein Foodloose-Poster nur. Heißt das hier Bootloose? Wie gut. You know, I've never asked. Hovat and Chimeria. What were they like? My wife and daughter. They were... Kind. Brave. True. Qualities I, myself, aspire to possess. Ask me no more of them, Peter. I do not always wish to remember their faces. I really need to figure out what to do with Thanos. Novacore, Collector, thrown into a black hole. That is up to you. He is dead. That is all I care about. Alright. Gotta run, Drax. Stay cool. My body temperature is always 125.9 degrees. Dragster versteht auch keine... Egal. Der nimmt immer alles wörtlich. Oh, erstmal ein bisschen Musik, ha? Komm. Oh, Mann. Ist alles auf diesem Schiff gebrochen? Wenn es nicht kaputt wäre. Würde ich jetzt gerne ein bisschen Musik machen, aber... Ach, na ja. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß ja nicht. Was ist jetzt der große Plot, wenn Thanos tot ist? Und... Oder Thanos. Thanos, Schmenes. Ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass er tot ist. Der, der... Dieses Teil, diese Schmiede der Ewigkeit. Irgendwas... Hat es damit auf sich, was ihn wahrscheinlich wiederbeleben wird. Du hast es. Und... Ich werde trotzdem noch ein bisschen in dem rumstockern, vielleicht noch den Kopf abschneiden, nur um sicher zu sein. Das Terminal hat eine Bedingung in der Crash. Still offline. Du musst den, den auf dem Bruch. Ich glaube erst noch ein bisschen mit Rocket schnacken. Dass er vielleicht wieder ein bisschen runterkommt. Du denkst nur an die Kohle. Naja, ich weiß ja nicht. Ja, du bist ein kleiner Goner. Naja, du bist wirklich weg, dann. Du hast, zwei Tage, ich war getötet. Lass Nacht, ich war getötet. Know what I mean? Wir sind bekannt. Ich muss sich anpassen. Step 1, sell Thanos. Step 2, fling money into air. Ich muss zurückkommen. Oh, und nicht ein Idiot. Thanos ist wert ein Geld. Call the Collector. Ah, ich weiß ja nicht. Ich hab gesagt, ich verkaufe ihn an die Nova. Die Nova Corps und das werde ich wohl auch tun. Sorry, Rocket. Aber die Entscheidung ist schon getroffen. Das ist das Richtige, glaube ich. Außerdem, hey! Unsere Akte ist frei. Frei von Verbrechen. Wir sollten... Ich weiß nicht... ...zureich... 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 ...über was, Gamora? Wie hast du unseren Vater verraten? Sie hat uns nicht geändert. Bleib weg von mir! Ach! Tja, da muss Nabila wohl auch noch irgendwann dran glauben, ha? Muss ich drauf ansprechen? Ich weiß ja nicht. Hey, Peter. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Fine. Staying as far away from Rocket as I can. I don't want to let him ruin my mood. Last night was actually fun. Ah, maybe too much fun. So, something on your mind? Did I hear you talking to Nebula earlier? Ugh, if by talking to, you mean being yelled at. Even though she's pissed, it feels good to have it off my mind. Thanks for the advice. I do have all the answers, you know. Endless wisdom just flows out of me. Okay, let's not overdo it. Why do you like the Nova Corps so much? I don't... ...really like to talk about it, but... ...I was an assassin for Thanos. I killed so many people for him that I lost count. Tyrants. Innocents. Didn't matter. If you ever hear the ridiculous nickname, the most dangerous woman in the universe, that was me. But the Nova Corps, they turned a blind eye to my past after I joined the Guardians. Being with you guys, making the galaxy safer, it's my chance to make up for what I did. That's cool. So, you still mad at Redmond? He needs to watch his little tongue. I... May have been too harsh with him. He just... Oh, he's so infuriating. I think I'll talk to you later. Some advice for you. Don't trust the collector. You should call the Nova Corps. Yeah, yeah. Hey, ganz ehrlich. Wer bin ich, dass ich mich mit so einem Unterweltboss hier einlasse? Ich weiß ja nicht. Nee, lass mal gut sein. Oh, Kodex, was haben wir denn hier? Der Collector. Name Tannelya Tivan, Deckname der Collector, Heimatplanet unbekannt. Nowhere ist die Heimat von vielen zwielichtigen Gestalten, aber keine ist zwielichtiger als dieser Kerl. Er besitzt ein Museum, das mit allerlei Wertgegenständen handelt. Ich habe keine Ahnung, woher all sein Geld kommt, aber er hat scheinbar mehr Units als der Strand-Sandkörner. Ja, Gamora vertraut ihm überhaupt nicht. Rocket gefällt sein Konto, aber umso mehr. Naja. Die Milano. Ein maßgeschneidertes M-Schiff, das ich von Yondu und den Ravagers geerbt habe. Ja, geerbt habe. Die Milano ist das Zuhause der Guardians im weiten Weltraum. Sie sieht gerade allerdings etwas verbeult aus. Die Kollision mit einem Planeten hat ihr nicht gut getan. So, dann Drax. Drax, der Zerstörer. Aha. Drax beschreibt sich selbst als eine lebende Waffe, deren Sinn und Zweck darin besteht, sich an Thanes für den Tod seiner Frau und seines Kindes zu rächen. Scheint zu stimmen. Er ist zu den Guardians gestoßen, weil er gehört hatte, dass wir Thanes auch nicht besonders mögen. Der Rest sollte bekannt sein. Sein Umgang mit Humor lässt etwas zu wünschen übrig, aber sein Herz sitzt am rechten Fleck. Update. Ich hätte erwartet, dass Drax sich mehr über Thanes Tod freuen würde, aber etwas scheint ihn wirklich zu beschäftigen. Hoffentlich ist bei ihm alles in Ordnung. Tja, was haben wir denn noch? Uiuiui. Uiuiui, da gibt es nur noch einiges. Naja, so viel ist auch nicht mehr. Drax Familie. Wenn man sich anhört, wie er von ihnen spricht, müssten Hovath und Kamaria das wichtigste in Drax Welt gewesen sein. Er hat sogar seine Klingen nach ihnen benannt. Es war Thanes Mord an seiner Familie, der aus Drax den rachsüchtigen Zerstörer gemacht hat, den wir kennen. Ich muss allerdings zugeben, es fällt mir schwer, mir Drax als Vater vorzustellen oder als Ehemann. Die Erde. Als ich zum ersten Mal auf der Erde war, hatte Michael Jacksons Bad die Chart zerobert. Seitdem ist es wohl nur abwärts gegangen. Ich habe mir also nicht wirklich die Mühe gemacht, zurückzukehren. Irgendwann vielleicht. Aber die Erde ist nicht mehr wirklich mein Zuhause. Ach, das ist halt wirklich der einzige Mensch hier. Der gute Star-Lord. Name Gamora. Deckname Keinen. Siegensweise die gefährlichste Frau in der Galaxis. Zen Woberi ist ihr Heimatplanet. Gamora ist die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Sie weist mich auf meinen Unsinn hin, sie hält mir den Rücken frei und sie kann ermorden, wen sie will. Sie ist ein Gründungsmitglied der Guardians und es fällt mir schwer, mir das Team ohne sie vorzustellen. Sie erwähnt ihre Vergangenheit nur selten, aber angesichts der Tatsache, dass ihre gesamte Zivilisation von einem machthonrigen, mörderischen Psychopathen namens Thanes zerstört wurde, der sie adoptiert hat, ist sie weit ausgeglichener, als man von ihr erwarten würde. So, da haben wir noch Groot. Groot, Planet X. Laut Rocket sind er und Groot seit Jahren Freunde und Kopfgeldjäger. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher er kommt. Und woher er kommt. Groot hat sich immer wieder als ein wertvolles Mitglied der Guardians erwiesen und ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Update, Notiz an mich. Lass nicht zu, dass er sich betrinkt. Das Badezimmer wird nie mehr dasselbe sein. Oh je. Und Nowhere. Befindet sich im Kopf eines enttaubten Celestials. Nowhere ist eine Minenkonologie, die der einzige der zwielichtigsten Leute der Galaxis leben. Wie einige der zwielichtigsten Leute. So wie wir. Wir haben dort aus offensichtlichen Gründen ein Versteck. Erstens, es ist ein praktischer Ort, um die Milano aufzutanken und die Vorräte wieder aufzufüllen. Zweitens, dieser Ort ist ideal, um militärische Mordwerkzeuge oder mörderischem Alkohol zu finden. Drittens, es befindet sich in einem großen alten Kopf. Was gibt's daran nicht zu mögen? Meredith Quill. Hm. Ach, das ist deine Mom. Was soll ich sagen? Sie war eine coole, allein jetzt seine Mutter. Zeh wie Leder und mit einem tollen Musikgeschmack. Moms Tod beweist wohl, dass das Universum manchmal richtig scheiße sein kann. Du fielst mir, Mom. Die Novacorps sind Weltraumbullen. Sie sind dafür zuständig, den Frieden in der Galaxis zu wahren. So richtig Recht schaffen gute Typen. Sie leisten wohl recht gute Arbeit, bitten die Guardians aber ziemlich oft um Hilfe. Rocket kann sie nicht leiden. Gamora scheint ihnen aber viel Respekt entgegenzubringen. Update. Die Novacorps haben scheinbar mehrfach mit Rocket zu tun gehabt. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Und der gute Rocket. Und halb Welt. Anfangs hielt ich Rocket für einen gierigen, verdorbenen kleinen Bastard. Meine Meinung hat sich nicht geändert, aber jetzt weiß ich, dass sich hinter dieser misantrophischen Attitüde und der schlechten Hygiene ein unglaublich fleißiger, unglaublich witziger und irgendwie auch ziemlich genialer Kerl versteckt. Er ist sehr Milano-Flüsterer und ich würde ihm das nie direkt sagen, aber er ist womöglich auch einer der genialsten Strategen der Galaxis. Update. Was zur Hölle? Talos ist endlich tot und Rocket möchte plötzlich die Guardians verlassen. Einerseits hat er wohl eine kleine Pause verdient, aber andererseits, ich weiß nicht. Star-Lord. Peter Quill, Star-Lord und Heimatplanet Erde natürlich. Held, Outlaw, teuflisch gut aussehender Frauenheld. Ich bin in dieser Galaxis unterwegs, seitdem Yondu mich von der Erde entführt hat. Seine Mannschaft, die Ravagers, hat mich adoptiert, bis ich alt genug war, um mich eigenständig zu machen. Und jetzt habe ich meine eigene Mannschaft, die Guardians of the Galaxy. Sie sind fast so toll wie ich. Und Thannis, der verrückte Titan. Heimatplanet Titan. Thannis ist zweifellos einer der furchterregendsten Typen, die je gelebt haben. Er ist extrem zäh und ebenso mächtig und er befindet sich auf einem nie enden wollenden Feldzug, um so viel von der Galaxis zu erobern wie möglich. Dabei kommen buchstäblich Milliarden ums Leben. Wirklich kein netter Kerl. Update, nun da er, äh, nun, das war er, bis wir ihn getötet haben. Hurra! Ehrlich gesagt, habe ich aber immer noch etwas Angst vor ihm, obwohl er tot ist. Das kann ich verstehen. Aber was sind die Nachrichten? Starlins, hör mal Peter. Oh Gott, ich würde das, ich werde das mal ein bisschen überfliegen. Ähm, ja, bezahlen bitte. Ne, lass mal. Yondu, Thannis, an Peter Quill. Hallo, Junge. Ich habe, ich habe letztens die Menge verrückt. Ich hätte über Peter Quill gehört. So Leute sagen, du hast Thannis getötet. Verdammt, wer es glaubt, ist der ein bisschen besoffen. Rocket. Quill, wie läuft's? Wie war dein Tag bisher? Gut, es freut mich, dass du dir es gut gehen lässt und deine Mails checkst, anstatt einfach den Collector anzurufen. Hm, Howard. Howard the Duck, oder was? Kennt ihr das? Howard the Duck? Ähm, entweder ist etwas mit Rockets Überweisung schiefgelaufen oder das Mistvieh, das du Kumpel nennst, hat mir immer noch nicht mein Geld gezahlt. Äh, Pokernacht. Hm. Universelle Kirche der Wahrheit. Oh Gott. Warnung, diese Nachricht wurde als Spam markiert. Heiligste Grüße! Das letzte Jahr war ein besonders gläubiges und lohntes Jahr für die universelle Kirche der Wahrheit. Bla 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 bla. Was? Zehn Units pro Mondzyklus. Können wir den Unterschied? Ja, ja, ja. Nova Hauptquartier. Ja, Pilar Jason Quill. Ihrem Wunsch entsprechen wird die Nova Corps sofort alle Einträge in ihrem Strafvergester sowie denen von Gamora, Rocket Groot und Drax Tilgen. Ihre Status in der galaktischen Datenbank werden auf rechtschaffende Bürger zurückgesetzt. Ihre Stati heißt Stati, ist das? Status ist doch Stati. Ach, nicht Status. Naja. Ähm, ja. Mit freundlichen Grüßen, die Nova Corps. Kannst nicht weiter runter... Ich kann das nicht weiter runter zoomen, übrigens. Ich kann nur ein bisschen hoch. Egal. Cosmo. Verlorene Jacke. Einer von euch hat nach unserem Pokerabend in der Bar seine Jacke vergessen. Wenn jemand an Jackenmangel leidet, dann gehört ihm dieses Exemplar möglicherweise. Okay. Das war's. Wir rufen mal an. Huch. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020